Reden wir als erstes über Annalena Baerbock. Nigeria. Kein Mensch spricht über Nigeria. Zumindest nicht so wirklich. Unsere Außenministerin war da, um ein paar Bronzestatuen oder Beninbronzen zurückzugeben, weil irgendwas mit Kolonialismus. Zwar nicht durch die Deutschen in Nigeria, aber eins nach dem anderen. Auch noch kein Grund, über dieses Land bisher zu berichten. Jan Fleischauer hat es gewagt, sich dazu zu äußern. Annalena twitterte, heute gehen wir einen Schritt, der längst überfällig war. Wir bringen 20 Beninbronzen zurück in ihre Heimat. Hashtag Nigeria. Das wird nicht alle Wunden der Vergangenheit heilen, aber wir zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Aufarbeitung unserer dunklen Kolonialgeschichte. In Bezug auf die Bronze-Dinger besteht das deutsche Kolonialverbrechen darin, dass die Briten, nachdem sie 1897 dort die Dinger geklaut haben, sie in Europa und in den USA verscharrerten. Über 1000 Stück davon sind noch in deutschen Museen untergebracht, jetzt als offizielle Leihgabe Nigerias, nachdem man dieses Jahr eine Erklärung unterzeichnete, dass das damals alles irgendwie ganz, ganz schlimm war und die Figürchen wollen sie jetzt wieder haben. Ihr merkt, ich kann das Ganze nicht so wirklich ernst nehmen und ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Jan Fleischauer twitterte darauf hin, es ist für manche Deutschen bis heute schmerzhaft zu akzeptieren, dass Deutschland schon immer bei vielem nicht Führungsmacht war, sondern bestenfalls Second Rate. Also imaginiert man auch eine Kolonialgeschichte, die es nie gab. Deutschland hat Nigeria nie kolonialisiert. Das waren die Briten. Neben Nigeria liegt Kamerun. Das war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie. Nigeria von 1861 bis 1960 britische Kolonie. Jetzt könnte man noch irgendwie versuchen, das zu rechtfertigen, dass Teile im Osten Nigerias damals zu Kamerun gehörten und somit deutsche Kolonie waren. Das hat aber wiederum nichts mit diesen Bronzen zu tun, denn die wurden in der Stadt Benin aus dem Palast gestohlen und anschließend dann eben in Europa und den USA verkauft. Benin Stadt war nie Teil von Kamerun. Soweit so gut. Bis hierhin diese Einordnung. Damit versteht man auch, weshalb Fleischauer davon spricht, dass man sich hier eine Kolonialgeschichte imaginiert, die es eben so nie gab. Also mit diesem Teil von Nigeria hatte Deutschland als Kolonialstaat nie etwas zu tun. Jetzt kann man sagen, indirekt die Briten, die Deutschen haben es gekauft. Anderes Thema. Damit hat er im Prinzip recht. Zählen wir jedes Kunstwerk oder sämtliche historischen Gegenstände, die möglicherweise irgendwo hier unrechtmäßig stehen und hergekommen sein könnten, dann haben wir eine unendliche Kolonialgeschichte und einen weiteren Absatz in den Memoiren der Erbschuld der deutschen Bevölkerung. Es schaltet sich nun Jamila Schäfer in die Debatte ein. Parteikollegin von Annalena Baerbock von den Grünen, Bundestagsabgeordnete für München Süd, Landesgruppenchefin der Grüne Bayern, was auch immer das heißen soll. Sie twittert hier schlagfertig, der Völkermord an den Herero und Nama ist Teil der deutschen Kolonialgeschichte. Das kleinzureden oder gar zu leugnen ist gefährlicher Revisionismus. Und es kommt im Rest der Welt schlecht an. Zurecht. Mag der aufmerksame Leser sich die Frage stellen, an welcher Stelle Jan Fleischauer den Völkermord an den Herero und Nama geleugnet hat? Hat er eben nicht. Die Überreaktionen hier sind aber so unterhaltsam, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Und jeder weiß es hier natürlich besser. Da schaltet sich auch der weiße Ritter und Retter Thilo Jung ein und schreibt, Das ist dein gauländischer Fliegenschiss-Moment. So falsch, so gefährlich, so revisionistisch. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das lese. Die rechte Szene hier wird's dir danken. Du belebst sie damit und gefährdest unsere Gesellschaft. Im Prinzip könnte man auch Fleischauer vorwerfen, dass er die Benin-Bronzen gestohlen hat. Im übertragenen Sinne. Nun hat dieser Völkermord nicht in Nigeria stattgefunden, sondern in Namibia. Und um es mit den Worten von Fleischauer selbst zu sagen, dass viele hier sich angewöhnt haben, jeden Kontext zu ignorieren, dass eine grüne Bundestagsabgeordnete so tut, als hätte ich nicht die Aussage ihrer Ministerin kommentiert, sondern einen Völkermord geleugnet, sagt viel über den diskursiven Zustand ihrer Partei. Und für Thilo Jung hat er ihr quasi gleich den Holocaust geleugnet. Boy, that escalated quickly. Ich sehe es auch bei der Betrachtung der Wiedergutmachung, ähnlich wie Fleischauer. Diese Geste als etwas anderes zu bezeichnen, eben als eine Geste, und daraus einen großen Schritt zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zu konstruieren, halte ich für ein wenig überzogen, wenn nicht sogar völlig übertrieben. Ich will noch kurz erwähnen, dass die Rückgabe der Bronzen selbst an Nigeria durchaus umstritten ist. Uchena Uchena Upunkt, 28 Jahre alt, ist als Flüchtling aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. In der Ukraine hat er studiert. Er sollte abgeschoben werden, eben nach Nigeria, sein Heimatland. Dort befürchte er aber Verfolgung durch die Regierung. Also scheint das ja irgendwie eine Art Schurkenstaat zu sein. Seine Familie sei ebenfalls aus dem Land geflohen. Baerbock ist hingeflogen, nicht geflohen. Da muss man einen Unterschied machen. Die Lage in Bezug auf die Menschenrechte und die Sicherheit kann man durchaus als durchwachsen bezeichnen. Die Entstehung der Bronzen ist ebenfalls recht interessant. So stammt das Material für diese zu teilen aus Europa. Eine Manille ist ein Armreif aus Bronze oder eben Kupfer. Sie waren damals Währung oder auch Tauschmittel. Auch bekannt wurden sie unter dem Namen Sklavenhandelswährung. Mit dieser Währung wurden auch unzählige dieser Bronzen gegossen. Auch wenn sie nicht immer aus Bronze gefertigt wurden, aber das spielt hier für die Einordnung keine Rolle. Würde man mich fragen, würde ich sagen, dass die Rückgabe dieser Gegenstände rein gar nichts mit der Aufarbeitung von irgendwas zu tun hat. Schon gar nicht damit, sich mit unserer Kolonialgeschichte kritisch zu befassen und irgendeine Wiedergutmachung zu leisten. Wen die Hintergründe noch mehr interessieren, kann sich mal mit der Restitution Study Group beschäftigen. Die sehen die Rückgabe an Nigeria durchaus kritisch. Hintergrund ist der, dass vor allem Europäer Sklaven aus Afrika eben gekauft haben, bezahlt haben mit diesen Manillen, mit diesen Armreifen aus Bronze oder Kupfer und eben diese Armreife dafür benutzt wurden, diese Armreife eingeschmolzen wurden und man damit dann unter anderem diese Statuen gegossen hat, diese benannten Bronzen. Sie haben also eine durchaus interessante Geschichte, auch gerade in Bezug auf den Sklavenhandel und die eher dunkle Geschichte und dunkle Seite von Nigeria und eben auch der europäischen Kolonialgeschichte. Aber so weit wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Wir wissen, schwarzer Afrikaner guter Mann, weißer Europäer böser Mann in der Kolonialgeschichte und da hört das Wissen dann auch schon auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung für das Video da lasst. Gerne könnt ihr einen Kommentar schreiben und den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr in Zukunft auch keine neuen Videos mehr. Wir sehen uns dann nach den Weihnachtsfeiertagen wieder. Ich wünsche euch besinnliche Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie oder dem, was davon übrig ist. Macht's gut.